Herzlich Willkommen bei meinem Podcast Live the life you love. Hier geht es darum, wie du mit deiner Mehrfachbelastung rund um Familie und Beruf umgehen kannst und vor allem wieder zurück zu mehr Lebensfreude und Energie finden kannst. Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und wieder reinhörst. Ich freue mich, dich am anderen Ende zu haben. Ich freue mich für dich, diesen Podcast zu gestalten und sage vielen Dank für die tollen Bewertungen, die es auf iTunes schon gibt. Und falls du noch keine hinterlassen hast, darfst du das gerne nach dieser Folge tun. Ich freue mich nämlich, wenn ich möglichst viele erreichen kann und möglichst viele ein wenig inspirieren kann, sich besser selber kennenzulernen, mehr Klarheit zu gewinnen, was man möchte im Leben und sich Stück für Stück das Leben so zu gestalten, wie man es haben möchte. Daher auch jetzt, bevor ich in die dieswöchige Folge eintauche, ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Du weißt, ich habe einen Mitgliederbereich, der nennt sich Dein Zeitraum. Der ist für alle Frauen, die sagen, ich möchte gern nachhaltig und dauerhaft mein Leben verändern. Ich möchte mehr Leichtigkeit, mehr Lebensfreude, mehr Glücklichsein in mein Leben holen. Ich möchte gern mehr Entspannung in mein Leben holen und einfach auch zu mehr innerer Kraft und Stärke finden. Wenn das das ist, was du möchtest, ist dein Zeitraum genau das Richtige für dich. Denn da werde ich Woche für Woche zu verschiedenen Themen, von denen ich weiß, dass sie dir auf diesem Weg dienlich sind, Inhalte zur Verfügung stellen. Du bekommst also Woche für Woche eine E-Mail von mir mit einem Theorie-Input, beispielsweise zum Thema Entspannung. Du bekommst dort Audios, geführte Meditationen, Videos, wie du es direkt im Alltag umsetzen kannst. Jede Woche ein Schritt, denn wenn du jede Woche einen Schritt gehen kannst in die Richtung, wirst du merken, dass du dein Ziel, mehr Leichtigkeit und ein Leben in mehrfach Freude bald erreichen kannst. Wenn das das Richtige für dich ist, komm gerne und schau dir die Details und Informationen an. Du findest alles unter www.katjaschmalzel.com Dein Zeitraum Einmal im Monat mache ich auch exklusiv für meine Mitglieder einen kleinen Online-Workshop, in dem wir das Thema vertiefen, in dem es Platz gibt für all deine Fragen, für deine Hürden. Und ich möchte gerne mit dem Mitgliederbereich einfach so viele Frauen wie möglich erreichen, dass es für jede auch möglich ist, was in ihrem Leben zu verändern und das nicht alleine tun zu müssen, sondern in Begleitung von mir, in Begleitung der anderen Frauen einfach gemeinsam sich auf die Reise zu machen. Denn du weißt vielleicht, ein Marathon läuft sich sehr viel leichter, wenn man Unterstützer am Wegesrand hat, die einen mal auffangen, mal aufmuntern und ja, ein Liebevoll mit ins Ziel tragen. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich freue mich, wenn du Teil des Zeitraums werden möchtest. Wie gesagt, schau dich gern um auf www.katjaschmalzel.com So, jetzt steigen wir aber schon ein und zwar in ein Thema, was mich selbst in letzter Zeit auch wieder beschäftigt, in eigener Sache und etwas ist, was ich ganz häufig, wirklich sehr häufig mit vielen meiner Kundinnen bespreche. Und zwar ist das das Thema der Gefühle. Und zwar zum einen die Frage, woher kommen denn die Gefühle und zum anderen, wie gehe ich denn mit Gefühlen um? Was ist so meine Strategie? Und ja, ich möchte dich inspirieren, dass du dich ein Stück weit näher kennenlernst, ein Stück mehr erfährst darüber, wie du tickst und was dir wichtig ist und was dich freut und was dich vielleicht auch verletzt. Denn wenn du das weißt, wirst du dich in Zukunft sehr gut schützen können und wirst sehr gut steuern können, wie du dich fühlst. Du weißt vielleicht, dass ich die These vertrete, dass die Gefühle bzw. die Gedanken Handlungen verursachen. Also wie du dich fühlst, beeinflusst deine nächste Handlung, wie du sie ausführst, welche Handlung du setzt. Und das heißt natürlich, hat wesentlichen Einfluss logischerweise auf das Ergebnis am Ende des Tages. Und ob du damit dann zufrieden bist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber wichtig ist zu verstehen, dass dich Gefühle sehr wesentlich in deinen Handlungen beeinflussen. Woher kommen sie aber? Gefühle, und das ist oft eine sehr lebhafte Diskussion, die ich führe, kann eine Situation oder ein Mensch oder ein Ergebnis verantwortlich sein für deine Gefühle? Und ich sage dir ein ganz klares Nein. Und du wirst jetzt vielleicht sagen, doch, der und der hat das und das gesagt, das hat mich verletzt, das hat meine Gefühle getriggert. Ja, trotzdem ist zwischen der Aussage der Person und dem, was du daraus machst, was passiert. Und das sind deine Gedanken. Das sind deine Bewertungen. Bewertungen des Satzes, der Situation, der Person, des Ereignisses. Du bewertest es und das wiederum löst ein Gefühl aus. Unweigerlich, das ist immer so. Das ist der ganz normale Kreislauf. Die Gedanken beeinflussen die Gefühle, beeinflussen die Handlung, beeinflussen das Ergebnis und beeinflussen wiederum die Bewertung und du bist wieder am Anfang. Das ist wichtig zu verstehen, weil ich glaube, dass wir oft die Verantwortung aus der Hand geben und die Macht aus der Hand geben und einfach so tun, als hätten die anderen die völlige Macht über uns und darüber, wie wir uns fühlen. Und das ist einfach nicht wahr. Das heißt, du kannst gerne mal nachprüfen oder mal die Beobachterbrille aufsetzen, wie das denn bei dir so ist. Wenn du merkst, da kommt Wut, da kommt Frust, da kommt Verletztheit, da kommt Trauer, da kommt Freude, da kommt Genuss, da kommt Lust, was auch immer es ist, dann schau mal hin, was davor passiert ist, was bei dir vorher passiert ist. Und meistens kommst du dann drauf, dass es tatsächlich die Art ist, wie du über etwas denkst. Die Art ist, wie du etwas bewertest und die löst das Gefühl aus. Das heißt, du bist dem auch nicht völlig ausgeliefert. Wenn du ganz gut bei dir bleiben kannst, wenn du dich magst, die berühmte Selbstliebe, wenn du weißt, wie du tickst, wenn du sagst, ich bin okay, so wie ich bin, ich bin ein liebenswerter Mensch, ich darf mich zumuten, ich tue, was ich kann, ich bin okay, so wie ich bin, dann haben andere kaum eine Chance, dich zu verletzen. Dich selber zu mögen, dich anzunehmen, zu akzeptieren, wie du bist, ist quasi ein ganz natürlicher Schutzwall gegen Verletzungen. Und das darf man ruhig sacken lassen, das darf man ruhig mal durchdenken. Und da darfst du gerne auch in Widerstand gehen und sagen, nein, das sehe ich anders. Und trotzdem bleibt das so. Du wirst über deine Bewertung deine Gefühle triggern. Das ist mal die Schiene, wo kommt es her? Aber was heißt das dann, wenn ich das Gefühl habe, wie gehst du denn damit um? Und das finde ich eine äußerst spannende Frage, weil ich glaube einfach, dass keiner von uns richtig gelernt hat, wie man mit Gefühlen umgeht, wie man mit Emotionen umgeht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, als Kind, manchmal passiert es mir auch mit meinen Kindern, das gebe ich zu, wird man, wenn man laut ist, reguliert. Wenn man zornig ist, heißt es, naja, dann lenken wir sie ab. Wir haben gelernt, dass man mit Essen ganz viel erreichen kann. Wir haben die Technik, den Fernseher, den Computer, das Internet zur Verfügung mit all den Spielen, mit all den Ablenkungsmöglichkeiten. Wir haben also nie gelernt, dass eine Wut, eine Trauer, ein Verlangen, eine Liebe, eine Freude einfach nur da sein darf. Und ja, wir sind schnell im Ablenken, wir sind schnell im Reagieren, wir sind schnell im Befriedigen scheinbarer Bedürfnisse, die dann entstehen. Mich hat das in letzter Zeit beschäftigt, weil ich, falls du den Podcast The Inner Strength hörst, den ich mit der lieben Alex Broll gemeinsam mache, da sprechen wir gerade drüber, weil ich meine Ernährung umstelle, weil ich aus dem Diätenwahnsinn ausgestiegen bin und etwas Neues versuche. Und wir haben darüber gesprochen, dass ich auch ein emotionaler Esser bin. Das heißt, ich habe über viele Jahre in meinem Leben mir angeeignet, bei Freude mich mit Essen zu belohnen, bei Frust mich mit Essen abzulenken, die berühmte Schokolade, wenn es mal stressig wird und, und, und. Und wenn es nicht das Essen ist, dann lenke ich mich ab mit Spielereien, mit dem Internet, mit Facebook, mit Film und TV. Es ist wirklich Usus und leicht, sich von Gefühlen abzulenken. Und das ist scheinbar auch gewünscht. Denn wie gesagt, wir haben ja auch alle gar nicht gelernt, wie es gehen kann. Deswegen möchte ich dich heute einladen, bei deinem nächsten Gefühl, was auftaucht, einfach mal nicht zu reagieren und dich nicht abzulenken oder irgendwas anderes zu tun, sondern nur an den Moment sitzen zu bleiben mit diesem Gefühl oder stehen zu bleiben, je nachdem, was du gerade machst. Trau dich, trau dich, das einfach mal auszuhalten. Am schwierigsten ist es natürlich bei Wut oder Frust oder Trauer, aber Emotionen, die kommen und gehen. Du kannst dir sicher sein, Emotionen kommen und sie gehen. Und du darfst entscheiden, wie du damit umgehst. Und alles, was ich dir ermöglichen möchte, ist mal den Versuch zu sagen, ich werde das nächste Mal einfach die Emotionen kennenlernen, mich besser kennenlernen. Wie fühlt sich Freude denn bei mir an? Wo kann ich was wahrnehmen? Wie fühlt sich Trauer, Frust, Lust, Verlangen, was auch immer da ist? Wie fühlt sich das an? Und gibt es denn mehr als die Gefühle, die ich jetzt gerade genannt habe? Denn oft kennen wir ja noch nicht mal die ganze Palette. Was könnte das denn sein, was dich gerade bewegt? Ist es wirklich Wut oder ist es vielleicht was anderes? Und gibt es dann einen erhöhten Puls oder hast du bestimmte Wünsche, dass du jetzt was tun möchtest? Und wenn dir das gelingt, da ein paar Mal hinzuschauen, dann kannst du ganz bewusst auch deine Gedanken steuern und kannst sagen, ja, ich verstehe jetzt, dass ich da Lust habe, eine Schokolade zu essen, aber ich bin okay, das Gefühl ist okay. Ich darf einfach mal wütend sein. Ich darf einfach frustriert sein. Entschuldige. Das heißt, ich möchte dich ermuntern, dass du mal die Beobachterbrille aufsetzt, auch hier und schaust, wie fühlen sich Gefühle an? Wie bin ich in diesem Gefühl? Wie verhalte ich mich in diesem Gefühl? Und dann kannst du im nächsten Schritt selbst entscheiden, ob das gut ist oder schlecht ist, ob du daran was ändern möchtest oder nicht. Ich sage nicht, dass du falsch reagierst. Ich sage auch gar nicht, dass du was ändern musst. Ich sage nur, nutze mal die Chance, dich noch ein Stück besser kennenzulernen und da mal hinzuschauen, wie du in bestimmten Gefühlslagen bist. Wer ist denn die Person, wenn sie wütend ist oder sich freut oder wenn da Neugierde besteht oder wenn da, ja, was auch immer. Dabei wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude. Und nicht vergessen, wenn du Mitglied werden möchtest in deinen Zeitraum, dann komm gern vorbei auf www.katjaschmalzel.com slash deinzeitraum Ich bin auch gespannt zu hören, wie es dir damit geht. Wie ist es für dich, Gefühle zu fühlen, darüber nachzudenken, dass du selber dafür verantwortlich bist, was du fühlst, deine eigenen Bilder, deine eigenen Bewertungen die Ursache dafür sind und auch, wie du, ob du neue Seiten an dir entdeckt hast, die du vorher noch gar nicht wahrgenommen hast. Wenn du magst, schreib mir das gerne in den Kommentaren auf meinem Blog oder per E-Mail an office.katjaschmalzel.com Ich freue mich wirklich von dir zu lesen. Ich werde mich bemühen, auch zu antworten, so schnell wie möglich. Also, ja, lass von dir hören, schreib mir und vor allem freue ich mich natürlich, wenn du nächste Woche wieder reinhörst, wenn es wieder um ein spannendes Thema geht, auf dem Weg zu einem Leben in Mehrfachfreude, zu einem Leben, in dem du dich wohlfühlst. Ich freue mich, wenn du dabei bist und wünsche dir eine ganz tolle Woche. Bis dahin. Ciao, ciao. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Katja Schmalzel. Ich bin Coach und Expertin für Stress- und Krisenmanagement in Wien und online. Dir hat diese Folge gefallen? Ich freue mich auf deine Bewertung bei iTunes und deinem Feedback. Du möchtest mich jetzt persönlich kennenlernen? Dann komm vorbei auf meiner Seite katjaschmalzel.com und buche unter Termine und Kontakt einen kostenlosen Termin mit mir. Hier können wir ganz in Ruhe über deine Herausforderungen im Moment sprechen und uns persönlich kennenlernen. Ich freue mich auf dich. Bis bald. Ich freue mich auf dich.